Okay, Snyli, die rassistische Taube. Alter, ich möchte gar nicht die Taube sein, ich finde die eigentlich voll hässlich. Alter, die Taube ist echt hässlich. Ich weiß nicht, wie du so damit klarkommen kannst, hässlich zu sein, aber ich kann das nicht. Ich kann das. Du bist ja auch von klein an gewöhnt. Ja und, es ist nicht so schlimm, hässlich zu sein, glaubt mir. Ich kenne da so ein paar Kandidaten. Ich will von deiner Familie nicht belästigt werden. Ey, lass mich... Du musst ready machen. Ja, ich bin ja schon ready. Let's go. So, unser erster Sieg heute. Wir haben einen ganz komischen Streifen. Ja, mal gucken. Hä, dich ja mal gucken, sei mal optimistisch, sei doch mal cool. Alles klar, wir werden gewinnen jetzt. Dankeschön. Die Wippen, oh nein. So, jetzt 3-2-3-2-1, willkommen zurück zu einer neuen extremen Folge Fall Guys mit dem umgedrehten Rassisten-Styling. Der umgedrehte Rassist, verdammt. Ja, das ist was Gutes, denk mal drüber nach. Ey, das ist wirklich was Gutes. Ja, ich sag was Nettes zu dir. Und es kommen direkt die Wippen dran. Ich hasse die Wippen. Ja, also vereil dich. Du musst so mittig, schnell mittig. Ja, ich bin schon relativ mittig. Oh mein Gott, was passiert hier? Jetzt geht's rund, jetzt geht's rund. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin geprügelnd von den anderen. Ey, Kies, ich hatte gerade so einen Speedboost, ne? Ich bin über den Boden geschniffen. Also, er hat mir irgendwelche Speedcheatboosts. Ey, ich bin ganz weit vorne. Ey, komm schon, Sniper, dass das nicht auffällt. Kann das mal jemand melden? Alter. Ich bin jemand für Fairplay. Ja, das ist Fairplay. Ich mag es nicht, wenn Leute cheaten. Das hat nichts mit Cheaten zu tun. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Komm ich hier noch rüber, bitte, bitte, bitte. Alter, ist das geil. Bitte versuch mich nicht zu hassen, du höhere Macht da oben. Ich hab Sniper auch was Nettes gesagt zum Anfang. Das stimmt sogar. Und viel Karma-Projekt zu bekommen. Das stimmt sogar. Der umgedrehte Rassist. Wow, du bist der netteste Mensch, den ich kenne. Ja. Ey, Kies, ich bin so weit vorne, ne? Ich glaube, ich komme als Dritt ans Ziel. Ich seh dich auch da hinten spazieren. Oh nein, jetzt kommen alle auf meine Plattform. Hört aus, nur noch langweiliges Job. Okay, okay, jetzt kommen die ganzen doofen Leute. Nein, seid doch nicht so doof. Lass die Plattform doch mal richtig kippen. Gut. Oh Gott, ich bin hingefallen. Let's go. Komm schon, ich bin hinter dir. Ich bin eigentlich im Grunde direkt hinter dir. Im Grunde, im Grunde. Ja, ich bin jetzt auch auf der Orangener Plattform. Ey, Kies, ich hab die Witten noch nie so gut geschafft. Ich bin, ich komme direkt als Zwölfter an. Du warst Elfter, ich bin Zwölfter. Oh mein Gott. Ey, wie gut waren wir diese Runde? Ja, es gibt irgendwann so eine Serie. Kies bringt Snyder sprechen. Ey, ich bin dankbar für die neuen Worte. Meine Mama hat gesagt, ey, du bist ja richtig intelligent geworden. Ja, weil du jetzt mit den richtigen Menschen verkehrst. Davor warst du halt im schlechten Kreis, Stiley. Ey, mein Vater ist auch ziemlich stolz auf mich. Also, das glaube ich. Meine Kinder, alle dumm, alle stehen. Ja, das kann sein. Na gut, wir haben das Spiel geschafft. Das ist die Hauptsache. Ich hasse das Spiel. Ja, das ist auch echt widerlich. Okay, irgendwann wirst du es auch schaffen. Dann wirst du auch ein guter Fallgeist-Spieler, so wie ich. Du hast es noch nie geschafft. Doch, na klar. Und wann? Da warst du nicht da. Ja, klar, wo ich mich umgedreht habe. Da bist du irgendwie ins Ziel gerutscht. Genau da. Also, ich habe auch eine Krone. Also, no joke, ich habe eine Krone. Ja, aber das ist so eine Mitleidskrone. Ey, Kies, nenn das nicht so. Na klar, das sind Mitleidskronen. Das ist für die Leute, die irgendwie schon mit der Rasierklinge an der Ader vom Monitor sitzen. Sag das doch nicht so. Das ist so. Nein, das haben die mir gegeben, weil ich ziemlich gut gespielt habe. Die haben das gegeben, weil sie gedacht haben, ah, guck mal, der sieht labil aus. Lieber mal eine Krone rein. Alter, so labil sehe ich nicht aus. Emotional bist du im Kleid. Oh nein, die Leute lassen mich hier nicht reinbiegen. Komm schon. Ey, was geht hier ab? Viele Menschen sind hier am... Nein. Alter, mich regen jetzt schon die Bälle auf. Wo bist du? So in der Mitte ungefähr. Ja, ich nicht, Kies. Ich bin relativ weit hinten. Das ist so doof. Oh mein Gott. Ja, weil du dich zu sehr abgefeiert hast. Nee, daran liegt es nicht. Es liegt einfach daran, dass die mich gerade geschubbt haben. Ich konnte nicht einbiegen, rechts, um die Bällen... Ey, du bist doch vor mir. ...um den Bällen auszuweichen. Du bist vor mir. Hä, bin ich weit da vorne? Dann bist du aber nicht in der Mitte. Relativ in der Mitte, habe ich gesagt. Oh Gott, kann das hier nicht mal aufhören? Nein. Die große Welle kommt. Nein, ja, toll. Ich glaube, ich komme nicht mehr rein. Doch, du kommst rein. Nee. Nein. Ich bin direkt davor gescheitert. Du bist raus? Come on. Ja, bin ich, weil ich eben gerade alle Bälle abbekommen habe. Irgendermaßen falle ich. Ja, pure Zerstörung. Ich dachte, du stehst auf Bälle. Ja, aber nicht auf solche. Auf was für... Auf Eisbälle, meine Güte. Auf... Ah, ja. Pädchen Eis, wer mag das denn nicht? Ich sag gar nichts. Ich sag gar nichts. Ich darf gar nichts sagen, wahrscheinlich. Obwohl, Vanille mag ich gar nicht so gerne. Vanille? Ja. Also, ich mag eher so exotische Sachen wie, keine Ahnung, Meloneneis oder... Oder aus Gambia. Ja, oder so ein Malaka-Becher. Was ist ein Malaka-Becher? Kies, bei manchen Sachen weiß ich nicht, ob es die wirklich gibt oder du mich verarscht. Oh, warte mal, du kannst mir hier helfen. Ja, ich kann dir helfen. Banane, Banane. So, Banane, Banane. Banane und Orange. Okay, in der ersten Note brauche ich keine Hilfe. Ich möchte trotzdem... Alter, die schubst du mich trotzdem hier schon fast runter. Ich werde hier nie gewinnen. Komm schon. Orange. War das nicht hier? Ja, hier runter, ja, ja. Ja, okay, das war hier. Guck mal, die hat das geile Muster, ne? Ich war mir gerade gar nicht so sicher. Ich hätte auch verkacken können. Alter, die hat er runtergeschubst. Hast du es gerade gesehen? Ich habe nur gesehen, wie einer runtergefallen ist. Ich hätte ihn einfach runtergeschoben. Was gibt es? Traube, Kirche, Orange. Das hier ist Kirche, oben ist Orange, rechts ist Traube. Oh, da ist eine Melone. Die dürfen wir nicht unterschätzen. Orange. Die ist vor mir. Äh, ja. Ja, nice. Okay. Hier sollten wir nicht rausfliegen. Oh, mein Gott. Ja, aber Vorsicht, Vorsicht. Jaja, die sind ganz aggressiv. Was haben wir da? Trauben, Bananen, Apfel, Orange. Okay, hier brauche ich deine Hilfe. Du hast eigentlich alles hier. Eine Banane ist neben dir. Traube ist oben. Traube, Kirche. Komm schon. Okay. Hoch zur Kirche. Let's go. Ja. Nice. Okay, das verlieren wir. Alter. What? Was? Hast du das gesehen? Wie viele Leute waren das? Alter, da sind eben gerade locker sechs Leute runtergeflogen. Wie viele sind da? Oh, mein Gott. Alle auf einmal. Das ist ganz gut so. Ey, ich hoffe, die sind genauso doof im Finale. 17 qualifiziert. Dann kann ich wenigstens sagen, ich habe die erste Runde gewonnen. Oh, mein Gott. Aber erstmal müssen wir jetzt noch hier durchkommen. Das wird hart. Nur die Mitte ist schwer. Du darfst halt nicht dieses Gefühl entwickeln, dass es sich nach hinten zieht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, dass der Boden unter mir wegläuft. Das hast du mir letztens schon so schön erklärt. Okay, Kies, ich bin jetzt auf Konzentrationsmodus. Let's go. Alles klar, wir sind verloren. Oh, was soll das denn bedeuten? Ey, glaub doch mal an mich. Ich glaub doch an dich. Sei der Vater, den ich niemals hatte. Ja, mach ich. Dankeschön, Daddy. Ja. Kann ich hier unten schon die Muster irgendwie... Ach, da, okay. Daili hat aber auch echt so einen richtig harten Daddy-Komplex, ne? Hab ich so gesagt, so was wie, kann ich heute Abend an deinem Daumen loken? Und ich so, was? Was bist du denn für... Ich dachte, das bleibt wenigstens unter uns. Ja, aber ich... Ich dachte, ich kann dir vertrauen. Aber du bist wie mein echter Vater. Ja. Aber ich schlag dich nicht. Hey, oder? Ich glaube, da hab ich schon so einen Klaps auf dem Popo gespürt. Am Morgen hatte ich auf jeden Fall einen Handabdruck da. Aha, cool. Ey, nein, das ist alles okay. Jeder YouTuber wird mit dem Spiel reichen, aber wir nicht. Gut gemacht. Oh nein. Spring, spring, spring. Ja, ja, ich warte aber erst mal, bis die Masse weg ist, damit die mich nicht in der Luft schubsen können. Oh mein Gott. Aber wieso fliegt hier keiner raus? Die fliegen gleich alle am Ende raus. Warte, du meintest, die Mitte ist gefährlich, ne? Ja, es geht. Es muss in der Mitte bleiben. Ich meine nur, das Ende ist halt stressig. Okay, alles gut. Zwei Leute sind schon raus. Das Ende kommt halt immer schön mit dem Flow. Alter, da kommen jetzt aber auch viele in Folge jetzt. Alter, es nervt so, dass so viele Leute hier sind. Komm schon. Jetzt geht's los. Du musst auch so nach vorne ein bisschen immer, ne? Immer so ein bisschen nach vorne. Ja, ja, ich probier's. Wow, 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 wow. Oh, nice. Das ist deutlich leichter als das letzte Mal. Das war's schon. Oder sind noch welche hinten hingezogen, ja. Ich dachte, das geht so lange, bis 16 Leute rausfliegen oder so. Naja, keine 16. Das ist das Finale gewesen. Jetzt kommt das Finale. Ich hoffe, das wird jetzt was mit dem Finale. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Alle Menschen schauen jetzt auf dich. Einige davon machen eine Re... Was? Oh mein Gott. Das wird so ein tightes Finale. Wieso machen die das? Oh nein. Jetzt müssen wir das Spiel aber auch noch gewinnen. Oh, ist das ätzend. Ich bin blau. Ich bin blau. Ihr habt einen weniger sogar. Ist das gemein. Das ist so, als ob die uns verlieren sehen wollen. Ja, ich bleibe weiter hinten jetzt. Jetzt bleibe ich weiter hinten, weil du bist ja nicht mehr da. Komm schon. Geh weg. Oh, nice. Oh, der eine Ball ist drin. Alter, nice. Die Regel geht halt wieder auf. Blau gewinnt immer. Es ist irgendwie so, als müsste Blau gewinnen. Ja, wir hoffen es auf jeden Fall. Oh, komm. Komm jetzt, schieß ihn richtig zurück. So. Oh mein Gott. Let's go. Komm schon. Komm schon. Ja, ich will keinen Ball hier verpassen. Lass den zuerst schießen. Komm her. Was ist denn das für ein kurzes Finale da noch? Für ein kleines? Komm schon. Ja, Ball rein rein. Oh mein Gott. Perfekt. Ja, da ist das drin. Schnell die Mitte. Schnell die Mitte. Bevor sie den Ball kapern. Oh mein Gott. Nein, das ist ein Football. Ich habe keinen Bock auf einen Football. Alter, der legendäre, seltene Super-Football-Style. Gibt der irgendwie mehr Punkte? Vielleicht zwei? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Oh mein Gott. Der geht rein. Komm schon. Ich könnte alles entscheiden. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was der bringt. Dann Punkte. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Deswegen habe ich so viel Angst vor dem. Wenn es wie das goldene Ei ist, dann gute Nacht. Wenn das Ding reingeht, hast du verloren. Ja, ich weiß. Ich versuche klar zu kommen. Ja, komm, komm, komm. Komm, schau. Das Gute ist, wir haben gute Defense. Defense, go. Alter, da hinten geht, glaube ich, noch ein Fußball rein. Oh mein Gott, das ist so gut. Aber der Football ist zu sehr auf unserer Seite. Das macht mir Angst. Aber der Football ist auch schwer zu lenken. Der Eier hat ziemlich hart rum. Jetzt schieb ihn, schieb ihn, schieb ihn. Hauptsache weg mit dem Ding. Komm schon. Vielleicht kriegen wir ihn noch rein. Was bringt der Football? Oh mein Gott, der geht rein. Was bringt der? Oh mein Gott. Hat der zwei Punkte gebracht oder einen? Nö, einen. Einen Langeweile. Den hätte ich auch reinlassen können. Oh, okay. Das ist relativ gewonnen. Alter, das ist ein Gratispunkt. Leute, seid nicht gut drauf? Football gewinnt immer. Es ist einfach, guck mal, die heben auf hier. Die sehen uns schon einfach schön. Die haben gar keine Lust mehr. Guck dir den an. Ich bin toll. Ich glaube, der hat sich umgebracht. Alter. Ey, das wird jetzt echt ein kleines Finale. Ich glaube, so ein kleines Finale hatte ich noch nie. Vier Leute qualifiziert. Wow. Jetzt lass es bitte nicht Bergspitze. Obwohl? Es ist Bergspitze, ja. Mit vier Leuten. Das sieht echt traurig aus schon wieder. Ja, das kann ich echt gewinnen. Du weißt springen und greifen. Du musst unten sein. Du kannst auch reinfallen. Oh, ich bin sogar als einziger auf der Seite. Das ist voll gut. Die wollen mich hier alleine lassen. Jeder am Rand. Egal, ob links oder rechts. Ganz am Rand. Wie kann ich denn da schon stolpern? Ja, wie kann ich da schon stolpern? Ey, ich glaube das nicht. Sniley. Komm schon. Alles ist gut noch. Sniley, komm schon. Noch ist alles gut. Ja, der wurde... Nein! Alles gut, alles gut, alles gut. Der eine ist... Nein! Oh Gott, nein! Oh, da kommt der nächste Ball. Die wollen mich gerade alle. Und der eine ist so weit vorne. Aber er könnte sich trotzdem noch ruinieren. Nee, nee, er ist da. Warte, warte. Ja, ich bin wahrscheinlich der allerletzte sogar einfach. Ja, du bist der allerletzte. Oh mein Gott. Nein, das war die beste Chance, die ich jemals hatte. Oh, 17, 16. Schau ihn dir an. Der hat den Season Pass komplett voll. Dafür braucht man den Season Pass voll? Ich glaube, das muss, da braucht man. Ich glaube, ja. Alter, ja, okay. Das sind Junkies. Alter, ich bin in Runde 2 direkt rausgeflogen, weil ich in diese Ecke da reingekeilt wurde. Und dann zack, 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 Bälle. Aber hart. Das hat irgendwie funktioniert. Alles klar, komm. Jetzt, jetzt. Das war mein Warm-up. Ich habe mich jetzt ein bisschen gedehnt. Du hast dich gedehnt? Ja, klar, natürlich. Ich kann es ja nicht trocken. Wo bist du eigentlich rausgeflöchste Sachen machen? Was ist Trockendehnen? Ja, Trockendehnen. Was ist denn das Gegenteil von Trockendehnen? Ja, Trockendehnen ist halt, dass du es ohne Massageöl machst. Du bist krank. Du bist krank. Ja, was? Das war ein schöner Flow. Tief drin in Luke 2 hatte ich ein gutes Gefühl. Was? Ich konnte halt echt steuern noch so, ne? Aber mit doppelter Geschwindigkeit bin ich über dem Boden und nicht aufgestanden. War halt ganz, ganz weird. Ich hätte noch nie irgendeinen Vorteil aufgeglitscht. Noch nie. Hätte eher so bis wieder am Anfang glitscht. Mist. Das sind die schönsten. Alter, die Herde. Oh mein Gott, das sind zu viele Reise. Ich bin Erster im Moment. Nein, du bist nicht Erster. Ich seh dich doch. Ich bin runtergefallen. Ich bin wieder ganz am Start. Du bist einer auf meiner Höhe. Auf deiner Höhe? Vom Fortschritt her. Jetzt bin ich wieder Erster. Ey, Kies, ich bin ganz am Anfang noch, ne? Also ich bin wieder ganz, ganz am Start. Ich würde mich verteufeln. Ich würde sagen, ey, mein Leben wie ein afrikanischer, keine Ahnung, sprint durch die Savanne von einem Löwen. Was? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Alter, was ist das? Ich komm nicht auf die Beine. Bist du runtergeslidet? Aber wie? Ich konnte gar nichts machen. Den hast du jetzt sogar ein bisschen verdient, um ehrlich zu sein. Warum? Wegen dem Savannenspiel? Ja, ja. Der reicht schon. Ey, weißt du, wie unangenehm das ist, von einem Löwen weg zu rennen? Ja, das weiß ich. Ja, siehst du, Alter. Alter, es sind die Leute, die Ersten kommen schon rein und ich bin immer noch bei der Hälfte. Aber diese Wippe werden wir niemals schaffen. Hier werden wir niemals durchkommen. Und dann springe ich als Erster rüber und komme als Einziger durch. Und das ist eigentlich vollkommener Quatsch, weil die Leute hinter dir wahrscheinlich auch noch qualifiziert werden. Geh mal rein, geh mal rein. Boah, Alter, hinter dir ist noch mal ein Riesenschwall. Also du könntest es hinbekommen. Guck dir das aber an. Guck dir das an. Komm, let's go. Nein. Wenn du jetzt keinen Fehler machst. Ja, ich warte, dass die Wippe jetzt endlich mal umkippt. Guck dir das an. Guck dir das an. Diese kleinen Assis. Komm schon, du bist so nah dran. Jetzt, jetzt, schnell, jetzt. Ich kriege schlechte Laune. Ich kriege echt schlechte Laune. Jetzt geh rüber. Nein. Oh, komm schon. Alter, bei mir slide ist du wieder so komisch. Ja, das ist es. Das Ding, das war es. Komm schon. Obwohl, es wären acht Spiele, es wären möglich. Einige trödeln immer noch vorne und müssen rumposen. Let's go. Oh nein, ich bin drinnen. Zieh durch, zieh durch. Ich bin drinnen. Das war eine eklige Runde. Die war echt eklig. Ich hatte halt das Glück, ich war ganz vorne. Aber dann auf einmal hatte ich so was. Ich bin nicht mehr auf die Beine gekommen. Das Ding war nicht mal wirklich wahnsinnig schräg oder so. Ich bin einfach... Alter, wieso haben das denn alle? Als ob die alle immer zehn Kronen auf Abruf haben. Und wenn was Neues im Shop ist, let's go. Ist so. Sind ja nur zehn Siege, ne? Auf Twitch hatte letztens einer im Titel 380 Siege. Was? Ja. Er spielt es halt jeden Tag acht Stunden. Und verdient damit sein Geld. Da haben 4000 Leute zugeguckt. Hey, das ist krass. Wahrscheinlich kann es gehen. Das kann echt... So welche Spiele könntest du machen? Okay, Kreise. Aber da musst du halt auch dranbleiben. Da musst du wirklich sagen, ey, zu deiner Freundin gehst du hin und sagst, so, ich mach Schluss, weil ich muss arbeiten. Alter, man kann sich von diesen Kreisen gut boosten lassen. Das ist halt echt... Wie alle hier durchfliegen. Wow. Man kann auch mega Pech haben, so wie ich eben gerade. Ich bin hart nach hinten geflogen. Ich bin irgendwie nach oben geflogen. Aus der Karte gefühlt halb raus und dann wieder rein. Oh nein. Ach nein. Hä, Kreise, wo bist du? Ah, jetzt geht es durch die Mitte. Einfach Glück haben. Hätte du Tauben schlagen. Oh nein. Ich habe Pech. Scha... Oh, nice. Nice. Ey, Dinger schlagen mich halt immer irgendwie in die richtige Richtung. Ja, Ksyli hat einfach Glück. Oh mein Gott. Wie weit bist du... Soll ich jetzt hier noch warten? Oder nein? Nein, ich sehe dich. Du bist schon relativ weit vorne. Ich bin relativ weit vorne. Easy. Nein. Was nein? Der hat mich wieder so hart getroffen. Wo bist du? Bist du jetzt drin oder nicht? Ich bin drin. Ich bin drin. Boah, es war knapp. Hätte ich jetzt irgendwie eine Sekunde länger gebraucht... Wer ist vorbei? Wer ist vorbei? Oh nein. Das ist mies. Ausweichmanöver? Was ist denn das? Ja, es fallen halt Früchte. Das habe ich noch nie gesehen. Es fallen Früchte runter? Wir müssen den Früchten ausweichen? Ja. Oh, Scyli startet relativ weit vorne, nicht ganz hinten. Für mich wurde eine extra Reihe gemacht. Das hört sich aber echt cool an. Ja, warte mal ab. Was für... Oh mein Gott, okay. Alter, ich wurde getroffen. Nein, ist das ätzend. Oh. Wieso sind die so groß? Die haben sogar noch einen Sticker. Einfach durchlaufen. Let's go. Das sagst du so leicht. Ja. Der Lied auf vorne wird gar nicht mehr getroffen. Oder wie? Ah, da fliegt die Früchte. Alter, es kommen ja immer mehr. Das heißt, die schlechten Leute werden sogar noch mal bestraft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich bin gleich... Was? Bist du auch ausgestiegen? Ja, ich bin raus. Ich dachte, ich bin relativ gut dabei, aber dann kommen nur 18 Leute rein. Du bist auch weit gekommen. Durch mich. Ich bin immer rausgeflogen.